Willkommen zurück zu einem weiteren Part. Ich bin Galato86 und wir spielen World of Final Fantasy. Ja, hier sind wir letztens stehen geblieben. Beziehungsweise ich habe jetzt auch das Kampfsystem wieder auf klassisch gestellt, weil ich irgendwie einfach damit besser klarkomme, als wie das mit Kurzbefehl ist. Deswegen ist das auf klassisch. Genau. Das heißt, wir sehen das direkt so als Kurztasten. Ist einfach besser, weil komme ich besser mit klar. Ja, was wir jetzt jetzt gemacht haben, ist, diesen Boss besiegt. Den Papa Wolf fände wir. Den haben wir besiegt. Und mal gucken, was uns jetzt weiter da erwartet. Ich habe keine Ahnung, was uns da jetzt erwartet. Müssen diese Wüste hier, diese Eiswüste noch durchgehen, überqueren. Ja, wir müssen... Hier war irgendwo der Kampf und wir müssen da hoch. Da hoch müssen wir. Und ich habe keine Ahnung, was uns da oben erwartet. Das sehen wir hoffentlich gleich irgendwie, was noch dort erwartet. Und ein weiterer Kampf. Ah, wieder Fledermäuse. Wieder Fledermäuse. Ne, die können wir so schnell killen. Gibt gute Erfahrung. Können wir was mit anfangen? Zum Beispiel Level Up? Ja, Flores Victory! Das sieht echt so schön aus hier, alles animiert. Das sieht einfach nur toll aus. Kriselflachland. Aha. Mal gucken, wo das ist. Interessant. Oh, da geht die Sonne auf. Wo bin ich hier? Was ist das hier? Was ist das für ein verschneites Dorf? Ich bin sehr, sehr gespannt, was das ist. Wort Saronia. Ja, dann gehen wir mal da rein. Bin wirklich gespannt, was es hier gibt. Kapitel 7. Kapitel 7. Fürst und Schurke. Das Eis sieht echt gut animiert aus. Wort Saronia. Saronia. Jetzt ist es wie eine Sauergurke. Willkommen zu Saronia. Danke für deine Hilfe. Ich werde jetzt meinen Vater sehen. Geh dir. Das ist mir auch sofort draufgefallen. Dann bedeutet das, dass es hier in Saronia gibt eine kraftvolle Mirage gibt? Sehr nah. Schau dir ein Augenblick ab. Hey, was ist das Problem? Ich dachte, du hast etwas kalt. Es ist so kalt. Ich dachte, es wäre wärmer in dieser Stadt, aber es ist nicht. Oh, der Arme. Oh. Ein süßes Kätzchen. Voll süß. Okay, da gibt es eine Quest. Ja, sicher. Was erzählen die denn so? Oh, meinst du, hast du nur durch all diese Schnee und Eis geflogen? Du musst absolut verhastet werden. Well, willkommen in der Harbour-Town of Saronia. Kannst du es glauben? Wenn wir unsere civischen Räume aufbauen, können wir den Rest unserer Leben in einem Kastel spenden, wirst du nicht für nichts wollen? Ich muss mich aufbauen, wenn ich ein Architekt bin. Ich liebe mich über meine civische Räume. Normalerweise würde ich mir nicht zwei Schäfe von Chocovos-Tailfett geben. Aber jetzt, dass die Föderation dich in die Flügel sendet, wenn du sie nicht versammelt hast, ist es keine Wahl. Halt es! Die Flügel ist auf die Grenzen für die Außenseiter. Wir können nicht nur jemanden rein lassen. Entschuldigung. Wobei, was ist denn da? Das ist ein Journal. Entdecke das Schöpfer in dir. Schon seit 15 Jahren ist Schöpfer der Wunschberuf Nummer 1. Weit und breit. In diesem Buch finden Sie alles, was Sie wissen müssen, damit auch Sie ein Schöpfer werden. Die Pflichtlektüre für alle angehenden Weltverbesserer. Aller Anfang ist der Bürgerrang. Um ein Schöpfer zu werden, müssen ein Bürger eine Föderationsstadt zunächst einmal seinen Rang erhöhen. Das geht auf verschiedene Art. Durch Leitung einer Institution, Instandhaltung, Stadt, was? Stattische Einrichtungen, Anwerbungen neuer Förderungsmitglieder. Mit anderen Worten, gemeinnützige Arbeit für die Föderation wird belohnt. Und je Höhe der Rang, desto mehr Vorteile hat man. Also ran an den Rang. Komm in die Kathedrale und werde zum Schöpfer. Alle Bürger, die den nötigen Rang erreicht haben, werden im nächsten Kathedralen eingeladen. Wo sollen Schöpfer offiziell in die Bahamut-Armee aufgenommen werden und fortan die Erlaubnis erhalten, im Palast zu leben. Wer seinen Dienst für die Föderation leistet, der verbringt sein ganzes Leben in Frieden. Schöpfern wird es an nichts fehlen. Worauf warten sie? Wer noch höher hinaus will, aufgepasst. Sind sie auch der Meinung, dass das sorgfreie Design als Schöpfer noch nicht alles im Leben gewesen sein kann? Wer sich in der Bahamut-Armee ganz besonders verdient macht, den erwartet sogar einen höheren Rang. Wer träumt nicht davon, auf einer Stufe mit dem Boden zu stehen? Seien sie zur Stelle und sichern sie sich das wahre Glück in der Föderation. Äh, nein. Wir wollen nichts mit der Bahamut-Armee zu tun haben. Wir wollen allerdings Bahamut. Okay, wir gehen weiter. Okay, die quasi nicht. Ähm. Wo muss ich hin? Wir gehen mal in das Tor. Nach Neuwald-Bergen. Mal gucken, ob wir da vielleicht was finden. Tatsache. Und wir wollten noch zu Schokolade. Der hätte neue Items bekommen. Was ist das Ding? Es sieht sicher wie eine Tür. Aber geht es überhaupt nicht? Hallo? Schauen wir uns mal. W-Wa-Hey! Äh, was? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Und wer ist das Mädel da links? Besucher? Was eine ungewöhnliche Überraschung. Ähm. Wer ist das? Und... Mein Name ist... Huh? Wer ist da oben auf der Kante meiner Höhle? Usee es oder lose es, ich glaube. Oh, aber das ist mein Teat. Also wer bist du? Will you join me for tea? Uh, well, you might say that we're sort of passing through. But I'm Lon, and this is... It's Rain. And my brother and I are from Ninewood Hills. Lon and Rain from Ninewood Hills. Of course! I had a dream about this. I saw the two of you come here. Today's the day. Huh? Right. I think I might know why you've come here. Shall we get started? Uh, sorry, come again? You know what me and Rain are doing here, even though we don't have the slightest clue? Mhm. You're keepers looking for new mirages. You've come to touch the souls of your friends. Their past, present and future. To step into their shoes and fight. When mirages threaten them and they need you most. To sway them towards success. Correct? Uh, I don't know. Wow, dude. That was a lot of words. Hey Rain, you follow that? Uh-uh. Nope. I'm officially lost. So, whose soul will you touch? Yeah, you have seen the game. Okay. The game is in the room. There will not be a challenge. I'll never know who you are. Okay. As you can see it, you can think it is with your mind. erscheinen, um ihr Platz in den wichtigsten Kampf einzunehmen. Jawohl. Krieger des Lichts Heldenemblem wurde freigeschaltet. Du kannst es im Zimmer des namenloses Mädchens erwerben. Das ist wie so ein Aufruf, oder? Diese Embleme. Der ist nicht voll cool. Willkommen in der Rift zwischen Tränen und Zeit. Was jetzt? Ähm... Alma-Kristalle eintauschen? Hatten wir nicht einen gefunden? Hey, was sind diese Armagem-Thinge? Hm? Hast du ein paar Armagem-Thinge gefunden? Wir sind nicht genau sicher, was sie sind. Aber wir haben ein paar. Das ist gut. Sie haben großartig Wert hier. Du kannst diese Gems als ein Art Token. Token? Ja. Um eine andere Säule zu bemerken, oder, um Zeit zu bemerken, erstes, du musst aufbauen, also die Armagem-Thinge, Token du kannst in Recompense-Thinge. Oh! So die mehr wir finden, die mehr Sachen wir hier tun können. Hm. Right. Aber ist das nicht so ein bisschen die Frage? Okay, sie sind Tokens, aber woher kommen sie? Du musst nicht über alle kleine Dinge fragen. Huh? Der Welt hat ein paar Secrets. Du bist einfach besser, nicht zu wissen. Okay. Alma-Kristalle sind ganz schön schwierig zu finden. Jawohl. Das stimmt. Aber sie sind sehr praktisch. Du kannst mit ihnen nicht nur Helden-Embleme der Erlöser bekommen, sondern auch noch dazu einsetzen, um vom namenlosen Mädchen besondere Aufgaben zu erhalten. Das ist toll. Aber die Helden-Embleme will ich trotzdem haben. Yes. Ähm, dann ein kleiner Tipp an Orten. Wie den Kolosseum kann man häufiger Alma-Kristalle finden als woanders. Viel Spaß bei der Suche. Das heißt, ich muss die dort farmen im Kolosseum? Ja, und wo bekommen wir jetzt das erste? Zumindest haben wir noch nichts bekommen. Vielleicht muss ich die auch nochmal anquatschen. Seelenberührung. Seelenberührung. Okay, Krieger des Lichtes. Wie jeden Tag patrouilliert der Krieger des Lichtes unermüdlich die Straßen von Cornelia, um die Bürger alle Gefahren zu schützen. Und heute verspricht ein ereignisreicher Tag zu werden. Denn plötzlich macht er eine verdächtige Gestalt auf der Schlossmauer aus. Das kostet zwei. Rottet das Ungeziefer aus, das die große Brücke plagt. Präzisionsschutz-Samen. Okay. Enacross stattet der großen Brücke Alexander einen Besuch ab. Und schnell kommen die beiden über die guten alten Zeiten ins Plaudern. Leider ist Enacross nicht nur gekommen, um ihre sozialen Kontakt zu pflegen, sondern es war noch harte Arbeit auf sie. Sie spuckt in die Hände und macht sich an das Werk. Und wenig später hat sie auch schon eine heimtückische Maschina, die sich Alexander versteckt hielt, als Tageslicht gezerrt. Okay, Alexander ist auf jeden Fall eine Bestia, die man aus Final Fantasy VII kennt. So, wir möchten diesen Auftrag mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Das war's. Far too much excitement all at once. You won't find her. After all, she likes spending time with her subjects. You were mistaken to search here. Okay, we have to beat him now. From this room, you can control your friends' destiny and redirect the course of their lives by fighting their most crucial battles. You can think of it like that. Hey, are you ready? Is he so weak? 2000, okay, that's good. And what are the Goblins? 466, alles klar. Gut, sollten wir locker schaffen. Wir machen hier einen Doppelstoß. Ach so, wie ich gesagt habe, Doppelstoß geht auf irgendeinen. Ähm, wir greifen natürlich den hier an. Nochmal einen Doppelstoß, bitte. Dankeschön, zum Tod. Ähm, werfen, was ist denn werfen? Fügt eine Gegend ab physisch und Schaden zu. Geringe Präzision, aber vernichtend. Okay, wir werfen auf Goblin. Oh, wir werden einfach geschleudert. Nicht schlecht wie so ein Volleyball. Und das zieht 6 AP ab. Krass. Okay, diese Attacke werden wir erstmal nicht machen. Weil die einfach zu viel abzieht. Nein, auf uns. Ups, da habe ich mich wohl vertan. Da greife ich mich selbst an. Aus Versehen natürlich. Fähigkeiten. Fuchsfeuer. Fuchsfeuer. Vierresistenz. Nix da. Vita auf Rain, bitte. Und Fähigkeit, bitte, 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 bitte. Eis. Schön, zu wissen. Du bist fertig. Ja! Ja! Okay, ich muss heilen, ich muss heilen, ich muss heilen. Heilen, heilen, heilen. Auf Laan. Und Tuf. Einfach jetzt drauf nur noch. Einfach jetzt drauf nur noch. Fähigkeiten Vita auf Laan, bitte. Ja, ich weiß, wir tummeln. Wir tummeln ein bisschen. Ähm, was sieht den Stein ab? Fast 200. Ist doch schon mal ganz gut. Und normale Anrufe zieht auch um die 200, hä? Sogar mehr. Haha, verfehlt du Feife. Auf ihn mit Gebrüll. Das war's. Juhu, besiegt. Nice. Knapp 1100 Erfahrung. Ich bin froh, dass ihr Heilig ist absent. Das letzte, was ich will, ist, dass sie wieder abdukt wurde. Wieder? Aber... Wann hat sie noch nie gemacht? Und es ist wunderschön. Während sie zu diesem Soldaten, fühlt sich, als ob eine gewisse Kraft, die meine Hand zu gewinnen. Oh ja. Ich bin viel, viel mehr tired, als ich dachte. Was hat gerade passiert? Wenn wir das tun, was die andere Person erlebt? Auch Zeit muss auf die Wimse der Fantasie gehen. Diesen Ort ist Macht. Hier, Drei, 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 Drei. Drei, Drei D administrieren, Wow, so we get to help a bunch of people out and we get to keep all the prismariums we find There's like no downsides at all Seems that way But in a way There is a downside With how much power we could do as much harm as we do good This room of hers affects the destinies of so many Which makes her what exactly is she like Anna crow a god? I wouldn't say I'm a god in the sense you're thinking of Huh? But if you misuse this power you might not like the consequences Consequences me and him Is it her who well our fates have entwined So now that the two of you have made it to this place I suppose She'd want me to share a little of this power over time and fantasy We uh won't mess around I promise Good Iормced the bread You You You